Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 16. Juni. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen heute aufgrund bereits starker Bewegungen hier am Forex-Markt uns dem Markt direkt zuwenden. Hierbei die älteste Währung der Welt, bekanntermaßen das Gold, in den Fokus nehmen. Wir hatten ja in der Nacht einige News aus Neuseeland und insbesondere hier die Bekanntgabe der geldpolitischen Entscheidungen. Diese führten jetzt im Umkehrschluss dazu, dass der Yen enorm stark aufwertete und hier entsprechend die Pairs weiter unter Druck stehen. Das Szenario einer weiteren Yen-Schwäche wurde ja unlängst auch schon thematisiert. Es ist davon auszugehen, dass hier die Yen-Stärke vielmehr, dass die Yen-Stärke sich hier weiter fortsetzt und alle anderen Paare unter Druck bringt. US-Dollar Yen oder auch hier insbesondere Austral-Dollar und British Pound hier ganz, ganz heftig unterwegs. Also am Forex-Markt 2% Abgaben sind hier schon eine Hausnummer, die man nicht oft vorfindet. Hier bei den australischen Pairs kommt noch dazu, dass wir hier wie gesagt in der Nacht auch einiges aus Australien hatten und das gab noch zusätzlichen Druck obendrauf. Deswegen der Austral-Dollar gegenüber dem japanischen Yen heute hier mit bereits schon über 2,5% Abschlag. Wirklich der Flop des Tages unter diesen Top 15. Aber schauen wir hier nach Norden, Gold, da wollen wir jetzt drauf schauen, 1308 die Feinunzer in US-Dollar gerechnet und das zeigen wir hier mal sehr schön am Wochenchart, was hier los ist. Das ist bereits die dritte Woche sehr, sehr steil, sehr, sehr dominant, die wir hier an positive Performance an den Tag legen oder welche hier eine positive Performance an den Tag legt. Und der Witz ist, dass wir jetzt eben hier neben der runden Marke von 1.300 Dollar eben auch das wichtige Hoch hier 1.306,68 vom Januar 2015 Grad überwinden. Das ist hier ein technischer Widerstandsbereich, der hier wie gesagt auf Tagesbasis aktuell überwunden wird. Wichtig wäre jetzt, dass wir das heute Schrägstrich über den Freitag hinaus bis zum Wochenende retten. Eben hier Preise oberhalb von 1.306,68. Dann wäre hier im Prinzip eine Fortführung dieser Aufwärtsbewegung definitiv denkbar. Der Punkt ist, seit der Erholungsbewegung von Ende Dezember mit dem neuen Mehrjahrestief ging es dann hier steil bergauf. Also alle, die hier Gold unter 1.000 Dollar die Unze sahen, wurden hier dann Lügen gestraft. Man muss ganz klar sagen, es gab viele, viele, die das erwartet haben und auch ich hätte es durchaus für möglich gehalten. Dann aber doch hier insbesondere mit dem Start in das neue Jahr hier eine enorme Aufwärtsbewegung, auch extrem steil, extrem stark in der Aufwertung. Und dann aber hier kurz vor der Marke von 1.300 oder bei der Marke von 1.300 stoppte eben dieser Aufwärtsdrive. Es gab eine gesunde Korrektur, muss man sagen, hier während des Mai-Verlaufs. Das ist völlig normal, völlig legitim. Wir haben hier das 38er Fibonacci-Level der ganzen Bewegung von Dezember bis Mai praktisch abgearbeitet. Sehr, sehr gesund, sehr, sehr gut. Und genau an diesem Punkt, das war auch, Sie sehen den Kreis hier, letztlich auch eine Art Pullback an dieser Abwärtstrendlinie, die sich hier ergeben hat. Also zumindest noch nicht mal der Pullback, es hätte ruhiger auch noch einen kleinen Spike nach unten geben können. Letztlich dann hier seit Ende Mai dann hier mit einer starken Aufwärtsperformance und der Juni bislang eben hier durch bullische Kennzeichen geprägt. Tatsache ist, wenn wir uns den Wochenschart anschauen, dass wir jetzt hier oberhalb von 1.307 rund das nächste technische Kursziel hier im Bereich, das leiten wir auch gleich anhand der Fibonacci-Elemente noch ab im Tagesschart, hier im Bereich um 1.380 etwa sehen. Und da sehen Sie, wenn wir uns hier ein Stück weiter raus scrollen, dann gibt es natürlich hier nach oben einige Marken. Ganz wichtig zu nennen, das Level hier 1.560, das war praktisch auch hier, wo praktisch die Mutmaßung einer Goldman Sachs-GP Morgan, einer Bankaktivität im Sinne des Sell-Offs mit Aufgabe dieser Unterstützung, das ist aber hier auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Level. Und man muss zugeben, wenn Gold jetzt hier Schritt für Schritt weiter hoch geht, sicherlich nicht exponentiell, sondern auch mal hier mit zwischengeschalteten Korrekturen. Es wäre zum Beispiel denkbar, wenn wir jetzt wirklich dynamisch rausschießen, dass wir früher oder später nochmal von oben das Level von 1.300 testen, also eine Art Pullback machen und dann der Preis eben hochzieht. Aber ein finales Ziel eigentlich, wenn sich diese Bodenbildung jetzt hier weiter fortsetzt, wäre der Bereich 1.560, 1.550. Hier dieses ehemalige Unterstützungsniveau, jetzt Widerstandsbereich, das sollte man auf jeden Fall auf der Pfanne haben für den Goldpreis. Wir gehen mal in der Saisonalität ein paar Tage weiter vor. Wir haben kurzfristig hier eine Schwäche, wie Sie gerade gesehen haben. Das muss natürlich nicht heißen, dass es passiert, aber technisch der Goldpreis ab August, ab Mitte August sowieso sehr, sehr bullisch. Da sehen wir auch jetzt, gerade kommt der Chart rein. Das heißt, wir haben hier tendenziell auch während der kommenden Monate starken Rückenwind. Hier im Juli kann es nochmal einen Dip nach unten geben und auch jetzt der Juni nicht wirklich bullisch. Aber mit dem Verlauf im Juli und dann insbesondere Einklang August sieht es hier sehr, sehr bullisch aus. Und das passt natürlich ins Bild, dass der Goldpreis hier mit saisonalen Rückenwind hier durchaus weiter nach oben aufdrehen kann. Also die Ausgangsbasis ist auf jeden Fall denkbar günstig. Schauen wir uns jetzt hier den Tagesschauern dazu an. Wir hatten den gestern im Devisenradar-Webinar. Und da mutmaßte ich schon aufgrund der jüngsten zwei starken Wochen. Das ist ein kleiner Pullback hier in Richtung 1.260, 1.250. durchaus gesund wäre. Plan B allerdings, es wäre, dass der Preis hier eben direkt nach oben schießt. Und aufgrund dieser kurzfristigen Bewegung hier, also dieser kurzfristige Korrekturimpuls, den wir hier gesehen haben im Mai, praktisch von diesem hoch knapp um 1.300 bis zu diesem Verlaufstief. Und hier gab es ja auch durchaus mit diesem Unterschreiten des Tiefs hier von März 1.288, mit diesem neuen Tief hier, praktisch ein neues Reaktionstief, neues Mehrwochentief, die Option, dass der Markt jetzt wirklich definitiv kräftiger nach unten kippt. Das war aber hier ein klassischer Fake-Out. Der Markt hat hier einen kleinen Dip nach unten gemacht. Möglicherweise alle Stops abgeholt, die hier zu eng am Preislevel vom 28.03. waren. Und dann ging es eben seither, Sie sehen es hier, fast nahezu durchgehend bullische Tage nur noch bergauf. Und jetzt hätte ich mir hier technisch einen schönen Pullback nochmal oder einen kleinen Rückläufer, einen kleinen Rücksetzer vorstellen können, der dem Preis dann hier nochmal die Kraft gibt, direkt anzuziehen. Aber nein, der Goldpreis zieht direkt weiter ein und wir hatten ja 1.380, 1.385 als Ziel auf Wochenbasis. Und das sollte sich auch hier anhand der Fibonacci-Projektion 161.8 erst mal ergeben können. 1.367 wäre dahingehend das Kursziel, aber das sieht wie gesagt alles sehr, sehr gut aus. Kleiner Pullback vielleicht und dann ist der Weg nach oben weiter frei. Sollten wir jetzt hier nochmal stärker unter 1.300 zurückgehen, dann muss man das, was ich gestern als blaue Variante hatte, doch nochmal sozusagen favorisieren. Das wäre dann der graue Plan, aber sehr viel tiefer dürfte es meines Erachtens nicht gehen. Der Goldpreis hat und genießt aktuell hier starken Rückenwind und daran dürfte sich meines Erachtens auch erst mal nichts ändern. Der Saisonalitätssindikator, wie gesagt, erlaubt hier kurzfristige Rücksetzer, aber grundsätzlich sollte der Weg hier mit Blick auf die nächsten Monate über den Sommer hinweg eigentlich positiv genorden eingestellt sein. Und insofern sind wir mal gespannt, was der Markt hier noch so zaubert. Der Goldpreis ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Bleiben wir oberhalb von 1.300 US-Dollar, dann sieht das gut aus, dass es eben weiter nach oben geht, auch während der kommenden Woche, trotz der negativen Saisonalität. Wird das allerdings hier eine Umkehrkerze, ein Shootingstar oder geben wir auch per Wochenschluss deutlich unter 1.300 Dollar zurück, dann muss man sagen, okay, dann war das wohl hier auch ein fehlgeschlagenes Manöver, ähnlich wie der Ausbruch hier unten. Und dann können wir uns hier noch ein Stück weit konsolidieren, aber generell das Bild hier durchaus mit bullischem Wind gesegnet. So dann, liebe Zuschauer, wäre es das schon gewesen für den heutigen Radar. Ich wünsche einen schönen, erfolgreichen Handelstag. Auf bald, Ihr Christian Kemmerer und tschüss.